Die großen Fragen des Internets lauten für viele, wie wird meine Website bekannter und wie viel kostet mich das? Werbeangebote gegen Bezahlung gibt es viele, doch oft weiß man nicht, ob man wirklich etwas für sein Geld zurückbekommt. Einfacher ist es damit kostenloser Werbung. Es gibt dabei nichts zu verlieren, aber jede Menge zu gewinnen. Zu diesen Möglichkeiten gehört zum Beispiel das Bloggen. Bloggen Sie interessante Artikel und erhöhen Sie Ihre Bekanntschaft. Schließen Sie Linkfreundschaften und tauschen Sie Links. Nutzen Sie Facebook und Twitter, um neue Kontakte kennenzulernen und Kunden zu generieren. Schreiben Sie einen Newsletter und halten Sie Besucher per E-Mail regelmäßig über neueste Entwicklungen auf dem Laufenden. So binden Sie Kunden an sich. Diese und weitere hilfreiche Methoden zur kostenlosen Online-Werbung lernen Sie im Ratgeber gratis Internetwerbung kennen.